Perfekt. Äh, da ist so'n ekelhaftes Video. Können wir's! Alienplanet! Kevin, dreh dich mal um! Ähm... Ah! Das ist ja voll cool, aber ähm... Jetzt geh mal kurz raus. Geh mal kurz raus. Ja, ja, ich geh ganz kurz raus. Äh... Äh... Quit. Quit, Gang. Die Taschenlampe ist auch ziemlich einfach gemacht, gell? Ja, es ist einfach nur ein Lichtkegel, der irgendwo ist und die Texturen aufhält. Ja. Es ist keine... Es ist ne Kugel, die sich an die Wand einfach dran klebt. So ne Lichtkugel. Eine Sphäre. Ja, so ne Sphäre. Das ist keine Kugel, das ist ne Sphäre. Das ist einfach ein Kreis, der die Texturen aufhält. Ja. Krass, oder? Die haben sich Mühe gegeben. Endlich höre ich Ton! Au, der ist viel zu laut. Bist du... Bist du... Bist du bei mir drin? Hä? Aber wo bist du bei mir drin? Hä? Bist du bei mir drin? Ja. Aber wo? Ja, ich höre dich gerade laufen. Ah, ich bin noch nicht mal gespawnt. Ähm... Hä? Ich bin im Free Roaming Mode. Hä? Was ist das? Wieso kann ich nicht spawnen? Ich spawn ich. Keine Ahnung. Ich guck mal kurz in die Steuerung. Voting, call in, commit suicide. Oh, mit J kannst du a third person anschalten. Ähm... Wow, das ist ja voll... Alter, das ist voll ungewohnt. Äh, ich kann... Ich weiß nicht, wie ich spawnen kann. Hier ist, glaub ich, kein Spawnpunkt. Ganz kurz. Ah! Ach, das ist nur ein Arzt, der... Command mit C. Ja, du könntest dich mit einem Command zu mir spawnen. Äh, Command... Nein, äh, warte. Mission Briefing Show Inventory. Äh, wir haben nichts im Inventory. Äh, bruh. Krass, was muss ich hier machen, hä? Äh, Player Model, commands, call for medics, suicide, vote, classic mode, performance options. Cool, man kann die Grafik einstellen, während man spielt. Das ist wirklich fantastisch. Human gore on. Wow. Oh, guck, man kann sogar die Maus-Sensivität während des Spiels einstellen. Das ist gar nicht so schlecht. Kannst du einfach versuchen, zu mir zu kommen. Äh, ich weiß nicht, wie ich spawnen kann. Ähm... Medics. Medics, ich kann nach einem Medics schreien, aber... Gibt's keine Kommando, ähm... Commands, drop current weapon, drop current ammo, grenade warning. Wo du so zu mir spawnen kannst, einfach direkt. Call for medics, suicide. Hm? Suicide geht nicht. Kannst du nicht mal kurz googeln? Yes. No? Nein, nicht yes, no! Spaß! Sven, Coop. Beta, Gordon. Nein, hier kenne ich nur die Player-Modelle. Mission Briefing. Ich weiß nicht, wie ich spawnen kann. Mach einfach weiter. Spiel einfach weiter. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du musst da lang. Wo? Also, nicht dort... Probier mal den Fahrstuhl zu rufen. Da lang, glaub ich, musst du nicht. Äh, kannst du mir zuschauen, oder was? Ja, ich schau dir zu. Ich kann dir zuschauen. Okay. Ja, tatsächlich. Ah, den Fahrstuhl rufen. Wieso dreht der sich, wenn man mit dem hoch fährt? Keine Ahnung, das ist futuristisch und so'n Scheiß. Ja, das war vor 20 Jahren vielleicht mal futuristisch. Aber das Spiel ist nicht so alt, 20 Jahre alt. Oh nein, was ist das? Headcrabs. Oh nein. Mr. Headcrabs. Ich will nicht gegen die kämpfen. Mr. Headcrabs. Was? In der Krusty-Cancer. In der Krusty-Cancer. In der Krusty-Cancer. Was muss ich hier machen? Du musst da weiter. Hm. Hm. Probier's mal mit E. Mach ich doch. Siehst du, jetzt macht der Spasti das auf. Ach so, siehste. So einfach kann's sein. Be careful. Oh nein. Duck dich. Ah. Oh ja. Oh man. Ah. Ich glaube, du hast keine Waffe. Lauf weg. Zoom. Laser. Das ist ein Laser. Zoom. Laser. Oh nein, wie dramatisch. Das ist eine Crowbar. Lass mich raus. Du kannst die Tür einschlagen, glaube ich. Ja, und jetzt musst du da durch. Wo ist der Fahrstuhl? Oh, ich muss den Fahrstuhl. Oh, ich muss den Fahrstuhl. Okay, der Fahrstuhl war schon da. Du kannst runterklettern mit der Leiter. Nee, ich geh hoch. Okay. Was gibt's hier oben? Mann, wie blöd man läuft. Leute, da schießt jemand auf die Headcrabs. Was? Äh. 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 Wie sieht das nicht aus? Äh. Äh. Oh nein. Ah. Oh nein. Oh nein. Er hat immer wieder eine Pistole animiert. Lol. Siehst du das, wie der Brustkasten so auf und zu geht? Ja. Das hat er im zweiten Teil nicht gemacht. Bei den Zombies. Ja, hier ist einfach alles viel besser. Ja, der Brustkasten hat einen Mund. Wieso tötest du ihn? Nein. Ah, ist unsterblich. Oh nein. Es ist schön, dass wir Koop spielen. Ja. Oder? Ach, nur die Zombies können die Türen öffnen. Geht rein. Und nimm dir seine Waffe. Die machen dir nichts. Ah, natürlich machen die mir was. Nein. Äh. 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 Das ist eine Pistole. Wechsel die Waffen. Nice. Das ist eine Pistole. Wechsel die Waffen. Nice. Piu, Piu. Piu, Piu. Kannst du nicht lang, du musst da durchkriechen. Piu, 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 Piu. Achso. Wenn ich mit dem Level fertig bin, kannst du wieder rein. Ja, dann spawn ich. Oh nein. Mach die Scheibe kaputt mit deinem Crowbar. Mit der, mit der Frechstange. Lord, die ist kugelsicher. Die ist Crowbar sicher. Renn weg. Du hast keine Chance gegen diese Fensterscheibe. Ich hab nur noch einen Schuss. Das Geräusch. Dunk, dunk, dunk. Oh. Da. Munition. Nein, du musst das gedrückt halten. Zum heilen. Spursten. Achso. Warte mal. Äh. Ich muss hier gedrückt halten, um Munition aufzuhalten zu sammeln. Nein, ich hab die, sammeln sie automatisch aus. Never changed. Jetzt bist du wieder drin. SWISS DICH. Müsst' Dich. Oder? Warte. Ö ö ö. Du bist drin. Ja, ich glaub ich bin drin. Ja, ich leb ich hab ne Waffe. Okay, hier kann man nicht durch. Geh mir erst mal meinen Charakter in... Wollolol, die sieht von episch aus. Die alte Wolle... Nööö ... Was ist das? Ich hab's getötet Nein, mach das aus Was denn? Jetzt kann man nicht mehr respawn Was denn? Was hab ich angemacht? Der Survival-Mode ist auf Jetzt kann man nicht mehr Warte, warte, warte Was hab ich denn gemacht? Ich hab da nur zwei gedrückt Votes Toggle Classic-Mode Yes Oh, fuck Hä? Ah, nichts Laufen wir einfach weiter Spielen wir einfach das Videospiel Und schauen, dass wir nicht Lol, die Map restartet gleich Wieso? Keine Ahnung Achso, naja, egal Jetzt haben wir wieder Munition Und wir wissen, was auf uns zukommt Nimm die Crowbar in die Hand Du immer hingehst Töten wir sie Raus Hier aus meinem Haus Ich sterbe gleich Ähm, Kevin Kevin, komm mal her Hm? Du hast irgendeine zweite Waffe dabei Kann ich dich damit Ich kann nicht heilen Ja Ich würde auch gerne mich heilen Hier Ah, dann heil mich Ah, danke schön Okay, jetzt weiterkämpfen, Kevin Soldat Alter Das und ich Ah, das Spiel ist so laut Okay, wir haben sie getötet Wir haben gewonnen Fuck geht, alter ist das Spiel laut hier Nimm deine Crowbar in die Hand Und dann töten wir sie wieder Bitte benutzt nie wieder die Pistol Hä, wieso? Weil die unglaublich laufen wir Nein, da ist so eine Viech Wo? Na, so eine Headcrap Ist doch egal Ist doch egal Ist doch egal Aber ich glaube, die ist leer Du bist ein Arschalter Warte, ich halte dich einmal so Oh Oh Ist da irgendwas drin? Ich glaube, hier ist Munition Ja, hier drin ist Munition, glaube ich Ja, geh mal raus Geh mal raus Nein, nein, ich bin drin Ja, ich kann nichts mehr benutzen Dankeschön Vielen Dank Bitte schön Er ist tot Meine Pistol hat keine Munition mehr Deswegen kann ich Du kannst dich da heilen Das ist eine Heilstation Wo? Nimm du die Heilung von dort Wo? Ja, hinter den Mülleimer Hinter den Mülleimer? Mhm Lol Klapp, da unten ist irgendein Viech Das wartet uns zu ficken Da unten ist der Headcrap Du bist so ein Sparrow Was denn? Ich heil mich erst mal in der Box wieder voll Äh, oh fuck Das Wasser steigt Fuck, das war glaube ich nicht so gut Kevin, komm zu mir Kevin, komm zu mir Kevin, komm zu mir Kevin, komm zu mir Komm zurück Komm zurück Komm zurück Hier, hier, hier Hier, kommen wir raus Das ist eine Granate geworfen? Nein Nein Aber jetzt haben wir irgendwas geöffnet Warte, Kevin Ganz langsam Ich drück mal Steuerung Dann können wir langsam laufen Das muss ganz stilvoll sein Okay, nimm deine Pistole in die Hand Ich hab meine Pistole nicht Ich hab keine Pistole Da ist Munition Ja, lass mich, lass mich, lass mich die Munition aufsammeln Perfekt So, jetzt müsste ich jetzt wieder eine Waffe haben Dankeschön Jetzt, ähm Warte, warte, wir müssen ja jetzt rauf Wir müssen ja jetzt rauf Keine Missgeburt Perfekt Wir müssen ja jetzt hin Ja Krass Nö 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 Ciao, Kevin Nein Ich bin hier oben in Sicherheit Wo keine Vieche Nein Nein Ich hab noch 20 HP, Kevin Kevin, heil mich Ja, warte Ich hab noch Hilf mir Neuter Komponenten Ich fies hier runter Okay Nein, nein, hör auf mich zu heilen Hör auf die Heilung zu verschwenden Jetzt müssen wir die Viecher da unten töten Okay, da ist ein Tod Das ist einfach so behindert Guck dir das mal an Wie die da rumglitschen Wie die da immer wegspringen, so YOLO Sieht aus wie Schlittenfahnen, nur mit solchen Viechern Zerstörbare Umgebungen, Videospielen Ja Ja Äh, alte 4 Guck mal, da kann man sich heilen Kevin Wow, was ist das denn? Guck mal, hier ist über Munition Toll Und ich hab nichts davon bekommen mal wieder Lol, echt? Hast du keine Munition bekommen? Ne Ich hab nur 35 Schuss, da lag viel mehr Großartig Oh, ich bin tot Hey, cool, ich lebe noch Kevin, bist du tot? Äh, no spawn points available click enter true Ja, okay, ich schau dir zu Nein Tja Äh, wem soll ich jetzt zuschauen? Ich weiß es auch nicht Äh, bist du jetzt auch im Spectator-Mode? Ja, restarting the map Okay Wir haben zwei Versuche Kevin Ja Wir wissen ja jetzt alles, was auf uns zukommt Nein, nicht alles Doch Außer das, was Was bisher auf uns zukam Genau Okay, Kevin Du weißt, was zu tun ist Alles mit der Crowbar niederprügeln Wir haben heilt Ich hab wieder keine Pistol-Munition Töte sie Die sind voll hässlich, die Viecher Ja Leute, ich sterb gleich Ich sterb gleich Lass mich durch Lass mich doch durch, Mann Heilen wir uns Ich hab keine Munition Wie oft noch Achso, dann töte ich ein paar Warte, dass mich so zuerst vorgeht Du kannst mich mit der Pistol auch anschießen, ne? Ja, wenn du halt im Weg stehst Erstmal hier heilen Arme nur Ich hab noch zwei Schuss Headcrap Headcrap Wir müssen jetzt sehen, was da töten Töte ihn Ja, ist tot Lass die Munition Dankeschön Jetzt hab ich gar keine bekommen Ja, Pech gehabt Ja, gut Diesmal krieg ich die Munition Okay Ich hab den gehört Ich mach die Ich mach das Wasser wieder hier unten an, ne? Oh Oh Soll ich das Wasser wieder anmachen? Ja, mach doch da an Du weißt ja, wo wir hin müssen Mit einem Loch in der Decke Perfekt Ja Können wir die Fässer kaputt machen? Ne, glaub nicht Ja, die können wir kaputt machen Vielleicht sind da Sachen drin Wir müssen mehr Fässer kaputt machen Okay, hier wird's gleich wieder richtig krank Ah, da ist Munition für dich Ich brauch Munition Brauchst du Heilung? Nein, ich brauch keine Heilung Wie so ein Staubsaugerverkäufer Rennst du mir mit so einem Ding Mit so einem Ding hinterher? Ja Hast du den Schalter schon umgelegt? Oh Gott Der ist voll wichtig, der Schalter Ja, der Spawning Generator Jetzt, Krober, dann machen Lol Ich will den töten Nein, komm doch runter Ja, ich hab ihn getötet Komm doch runter Aua Schlittenfall Jetzt noch die Krober Können wir noch die Krober Die rutschen hier alle runter Der Reihe nach Zieh's dir rein Lol, wieso springen die schon davor ab? Ja, damit man genau das nicht machen kann Die springen alle in ihren Tod Aber ich hab ihn getötet Nein, der fällt runter Die fallen einfach runter Das ist halt so lächerlich Nein, der ist mein Auge runter Du musst einfach nur springen und schlagen Bin tot Kevin Oh, du bist so ein Deppschiff Ich bin runtergepackt Glitcht So, ich höre ich gerade die Haare Neulich ist ein Respawn Point Ja, ich hab ein Respawn Point angedinkst Okay Das ist noch nicht Schlagen wir es Das ist noch eine Headcrap Helfen wir nochmal Ja, 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 chill mal, chill mal Ja, chill mal, chill mal Wir haben hier Zeit Ja So, erstmal Heilung Und Munition mitnehmen Ach ja, stimmt Die Dinger Wie oft muss man draufschlagen Wie hast du es geschafft? Ich weiß es nicht mehr Äh, hey Pingers Ja Geh doch mal nach da hinten Ja Ah, das ist eine Healing Box Ja Hast du eine Vollheilung? Ja Perfekt Oh, die ganzen Headcrap sind einfach abgesoffen Okay, wir wissen, was hier passiert Oh, oh ja Nicht ganz vergessen Haha, Spaß Lol Nicht sterben, Junge Ja, ich kann das hier doch Ach, lol Ich hab's geschafft Ich glaub, hier oben ist ein Lüftungsschacht, durch den wir müssen, Kevin Nein, ich bin noch hier Schau mal, Kevin, wo ich bin Ich bin gleich über dir Alles klar Hallo Nein, dein Ernst Doch Da ist eine Tür Hier sind Charges für den Suit Also holt ihr mal so eine Batterie Hab ich Jetzt haben wir 50% Ich auch Perfekt Äh, da ist so ein ekelhaftes Tier Können wir es Es stirbt gleich Jawohl Es ist tot Perfekt Äh, ins Wasser springen Äh, hier sind so Viecher an der Decke Töte die mal Nice Die kennen wir ja aus Half-Life 2 Die waren ja so toll Äh, ich glaub, die explodieren, oder? Nein, nein Die spucken nur Ähm Ihr fressen aus, was die gegessen haben Oh, es ist tief hier Oh Gott Ich dachte Ich dachte grad nicht, dass es so tief ist Bist du da reingesprungen Ja Igitt Äh, passiert hier noch was Schlimmes? Stirbst du nicht? Kriegst du keinen Schaden? Nee Ah, da unten ist aber so eine Fräse Schau mal, ob ich hier irgendwas finden kann Außer noch mehr von diesen Viechern Gibt's hier keine beschissene Gelegenheit Ah, hier geht's lang Ich glaub, hier geht's lang Nein, nein, wir sparen die die Munition Die machen nichts Also du musst nur an denen vorbeischwimmen Wo kann man hier hoch? Hier lang Achso Hier gibt's einen Weg Und eine Herzpackung Und eine Tür Schau mal, wie weit man mit der Taschenlampe einfach leuchten kann Das ist so behindert Aber egal Jetzt zerschmettern wir die Kisten Vielleicht ist ja was drin Oh ja Okay Nichts Krass Gut, dann gehen wir weiter Ah, die Taschenlampe sollte ich mal ausmachen Ja, hier drin brauchst du sie wieder Ja, einer kannst du anlassen, oder? Es reicht ja, wenn du einer nichts machst Ist das hier? Oh nein, nicht mehr Jump'n'Run-Dinger Das Level-Design ist halt mega Alt Ja Es ist halt alt YOLO Oh, nice Du musst so Half-Life-Dinger einsammeln Dann kann ich wieder rein Echt jetzt? Ja Wie ich das letzte Mal gemacht hab Wie du hochkletterst Du warst grad ganz schräg, weißt du? Geil Und bist einfach nur gelaufen Das ist voll nice Also verkackt das nicht Wir haben nur zwei Versuche Hä? Hier warst du doch Nein, nein Wir waren auf der anderen Seite Achso Krass Level geschafft Jawohl Du musst, ähm, Knopf drücken Achso Ah Du-dum-du-dum-du-dum-du-dum Krass Wie ist denn das? Wie ist denn das? pfl react-OULD Thinkpe Ref